ein herzliches willkommen zurück zu einer folge von the last of us part one wir sind immer noch hier in diesem großen gebäude hier haben mittlerweile die hunter altes geht erledigt und müssen jetzt hier erstmal ausgang finden aus dem ganzen wir sagen wir gehen da erstmal ein bisschen nach oben gucken wir uns da mal so um was uns hier erwartet anscheinend nicht viel aber man kann immer noch nützliche dinge finden machen wir etwas stimmung bereit zwei kann die wahlen essen ein clown sagt der eine schmeckt komisch was ist das ein witzebuch sitze und wortspiele band 2 von will livingston gehen wir weiter fragt ein pferd in einem blumenladen haben sie auch mal geritten die kleine ist cool die ist einfach cool so jetzt hier erstmal den ausgang finden immer ich mich mal da hoch ich noch nicht vorstellen das ist auch endstation ich weiß im moment nicht so genau wo ich weiter muss vielleicht darunter Moment ich versch livre ich passe mich um dann ich ich du du ich jetzt sc du wir mal da die leiter hoch mal sehen wo sie hinführt super nein komm ich jetzt noch mal drüber wir haben uns nicht gesehen da ist die brücke wir sind jetzt näher dran ich schaff den sprung nicht ja wo soll ich dich rauf heben warte hier Mal sehen, wo das hinführt. Was geht das nun mal? Oh, was für ein Scheißort! Was war das denn grad? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Ähm, okay. Leg das Brett so hin wie die! Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Ja. Irgendwie hoch. Interessant. Scheiße, Mann. Wie komm ich da jetzt hoch? Eine verfluchtgute Frage. Oh, mein Gott. Äh, warte mal. Ja. Ich lasse das. Boah. Verdammte Scheiße, ich lasse das. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Alles klar, Ellie. Komm runter! Ah. Wow. Edel. War ein Hotel was für dich? Bevor, äh, alles Scheiße war, meine ich? Nein. Nein, das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Ja. Da kommen wir doch hoch. Ja, zwar mit der Leiter. Und jetzt doch. Okay. Vorsichtig. Ja, die geht's nicht weiter. Gut, äh. Jetzt wollen wir hier raus. Ja. Oh, Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Ah, fünf diese Wache. Kein Grund sich zu beschweren. Sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay. Wie auch immer. Ja. 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 Ich bin dann. Ja. 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 Schiff! so jetzt erstmal abwarten die anderen sind und Null, kann angefertigt werden. Molotow, Medikip, Wahl, kann angefertigt werden. Rauchbocken, Flasche, Medikip, Molotow, Nagel, Molotow, Flasche, ein, Medikip, ein, Flasche, ein. Milotow, Glforest Flasche, Jagd Reagan, Jagd Kadera, Jagd Kadera,抓 migêter, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 und 1. Oh,ider ist Liteip 8, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Okay. Oh,ider ist Hideirankeit. Was ist das? 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 Durchgang. Ich bin jetzt auch nicht voran. Ich bin jetzt auch nicht durch. 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 Oh Mist. Oh, ich hasse die Dinger. Tja und wie es da weiter geht seht ihr dann in einem nächsten Video. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen noch um da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Spieters. Haut rein. Ciao, servus und tschüss.